und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu human fall flat mit der lieben honey und sie will mich wieder entsorgen ich wollte ich damit übernehmen also klappt diese weg ist irgendwie falsch da unten da mit der kugel so das geht da jetzt auch her gut läuft da gucken wir mal weil wir haben letzte vorher schon gesehen dass das da irgendwie also können ja einmal gucken letzten vor wie bei instant gleichzeitig vor allem hier unten war doch eigentlich speicherpunkt ja eigentlich schon eigentlich nicht doch ich weiß ich spreche jetzt gerade noch mal runter noch mal was für effekt davon haben wir sind bloß wieder falsch gelandet wie das eine mal beim waren das keine ahnung bei welcher folge das war arbeite bei dem kran da meinst du ja ja wo wir dauernd falsch gelandet sind was denn ich bin drüben wow du kannst nicht auf mich warten doch wenn du da springst dann bist du auch hier ja wow wie lame ist das denn ich stehe auf mich warten hallo 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 ich kann auch weitergehen einfach hallo 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 ach honeylein ach honeylein Soll ich die abholen kommen? Nö. Ja, 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 ja. Das ist wie so ein Flummi, ey. Da hinten bist du. Ich war da hingekommen. Hier bin ich, ja. Du da hingekommen bist, hab ich gefragt. Das sag ich dir nicht, das ist mein Geheimnis. Wow. Also, ich sehe gerade mehrere Wege, du musst einfach nur hier rüberspringen eigentlich. Du kannst aber auch dazwischen den Säulen auf die Fläche schlesig gerade und kannst dann hier rüberspringen. Wenn wir von da oben bin ich rübersprungen und jetzt auch von da unten geht auch. Von da. Hi. Hi. Und du, ah, hallo nicht runter. Nein. Nein. Was mach ich denn mal los? Na gut. Na gut. Uh, la la. Eh, nö. Du stehst im Weg. Äh, aber ich bin mir aktuell noch nicht so ganz sicher, was wir hier machen sollen, mich ehrlich bin. Na gut. Autsch. Oh. Warum müssen wir da hin? Äh, da liegt so... Oh. RIP. Was? Oh. Du sagst RIP. Ich geh mal hier hin kurz. Ahnung wo hier ist. Also andere Seite. Nicht da wo du bist. Schmeiß die Mauer um. Oh. Ähm. Ich weiß nicht ob ich das was ich jetzt gerade gemacht habe richtig ist. Das weiß ich gerade auch nicht ob ich das was ich mache richtig ist. Ich glaube, dass ist das ist richtig was ich hier mache. oh mein gott glaube ich mal komm ich geh mal gucken was sie da tut muss man hier oben hin hi was aber du gerade tust aber ich bin hier oben hoch durch das gewicht was an dem anderen ende ist was auf der plattform war bin ich hier hoch gekommen ja gut dann bist du ja die die jetzt weiter machen kann aber ich weiß nicht wie ich ich auch nicht ich habe das restliche gerade auch noch nicht verschaffen wir machen müssen überhaupt ich ehrlich bin müssen wir da jetzt rüber darüber wie die logischste aber wie das politische kosten darüber kommen dass du die frage eigentlich hier habe ich kein problem du hast kein problem ok du hast die frage speichert er das jetzt bist du drüber das ist sehr laut diese scheiß entschuldigung jetzt kannst du rüber kommen denke ich mal also durchs und runterfallen hat nicht gebraucht nee hat ja auch nicht gespeichert hier waren wir gehen runter ich müsste es noch einkommen ich bezweifle dass gerade sehr nichts weit springen kann aber der suche oder von da oben ich weiß ich bin auch nicht gesprungen weil ich sehen die kraft ich von wo oben meinst da oben honeylein honeylein ähm ach so wow ja von dem kleinen dingen da oben alles gut ja durch da das geht nicht mehr also ich kann ja nicht mal doch da kommst du rauf durch die steine da das bin ich nicht mal geschafft doch die säule rauf geben ein bisschen weiter mit speichern speichern punkt ich weiß nicht wie ich da sonst jetzt rüberkommen sollte dass man hier jetzt auch irgendwie nicht weiter kommen oder kannst du doch hoch da genau du kannst du an diesem kaputten da hochziehen oder nicht muss ich mal gleich ausprobieren also ich meine den da wo man im australis links licht auch einen schlauch liegt sich auch ein stock ein stadt und stadt und ich wüsste nicht wofür ich den benutzen muss obwohl die kiste doch die kiste könnte ich vielleicht zum beschweren benutzen dass die rampe nicht wieder hier runter geht aber wie komme ich daran an mit dem stadt auch auch Das ist natürlich doof. Was ist denn passiert? Dass du jetzt nicht rüberkommst. Ich darf anders packen. Bist du von hier oben einfach rübergeschworen oder was? Was bin ich? Von hier oben, ach da rübergeschworen wahrscheinlich. Wie bist du denn jetzt hochgekommen? Ja. Hast du dich den Stab hochgehangelt oder wie? Den Stab? Nö. Ich habe eine Kiste geholt. Achso. Ja. Aber hier musst du eigentlich... Nee, da kommst du nicht hin. Ach, warte, da oben kann man sich aufhören. Okay, warte mal kurz. Oh Leute, bleib mal so. Bleib hier stehen. Deswegen meinte ich ja die Kiste hier zum Beschwerden. Bleib nur mal drauf stehen. Da. Oh. Oh. Uff. Wow. Geh mal ein Stück weiter nach hinten. Lass gucken, dass ich nicht runterrutsche. Ja. Aber, weil sowas klappt, ne? Ha! Wir haben das Spiel ausgetrickst. Einen Speicherpunkt immer ein bisschen. Ach du Scheiße. Was denn? Ähm. Wir sind im Kreis gelaufen. Hä? Ähm. Kreis? Wir sind eben wieder da, wo diese beiden Käfige, Holzkäfige sind, wo diese Kiste hochgekrabbelt sind. Dein Ernst? Doch, das ist mein Ernst. Das ist... Ja, dann springen runter. Dann sind wir wieder da hinten bei deinem anderen Ding. Ähm. Ähm. Beziehungsweise mach mal am besten Kontrollpunkt neu laden. Bis auch dieses andere Teil da ist wieder. Alles auf dem Ursprung ist. Ja, warte mal, aber die Frage ist ja, was ist unsere... Also ich hab die Kiste da vorne, aber... Ja. Aber, lass mal, komm mal mit, komm mal mit. Bevor ich den Kontrollpunkt neu laden, gehen wir mal kurz da drüber. Weil hier können wir nämlich auch rüber gehen, hab ich ja eben schon gesagt. Bist dein Ernst? Du bist einfach stumpf da runter. Ich hab gedacht, das ist so dünn, also so schmal, dass ich einfach rüber springen kann. Vor allem... Das sah bei mir so aus. Vor allem so ganz schluss so... Das sah bei mir so aus. Vor allem so ganz schluss so... Boom! Oh. Bei mir sah das echt nicht so weit aus. Das sah gut aus. Das sah auf jeden Fall gut aus, Honey. Siehste? Ja, jetzt bist du aber ein bisschen gesprungen. War so zu doof zum Sprungen. Ja, jetzt bist du nicht gesprungen. Lass mal hier das hochheben. Oh. Vielleicht nicht unbedingt draufsteigen. Ähm. Ich glaub wir mal... Zähl das mal ein Stück raus. Und jetzt auch. Kommt man doch einfach vorbeigelaufen drauf. Vorbeigelaufen. Ja, aber... Ja, das ja. Aber müssen wir... Die Frage ist halt, wofür brauchen wir diese zwei Kissen, die wir im Infekt haben, ne? Am... Am... Ami. Ami! 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 Youtube selbst. Glaubet's! Oh ne, oder? Ist das dein Ernst? Ah lol Was denn? Ich glaub wir müssen hier die Kuh hier drauf auffacken Hier drauf rollen lassen Kommst du da weg eigentlich, oder bist du da gerade gefangen? Ähm... Ich komm da noch raus Okay Aber... Aber alleine... Kriegt man das alleine? Ist das die Frage eigentlich, ne? Ich komm da links aber nicht dran Wurde die Kuh überhaupt? Ja die Kuh, gut das hier dann, ja Okay Das heißt einer links, einer rechts Ja okay, dann hier so Nee, reicht nicht ganz Doch, bei mir schon Ja, jetzt Mal gucken was dann passiert, wenn die Kuh jetzt drauf rollt Ähm... Und das hat jetzt... Was gebracht? Ich will dich auch gerade, was das gemacht hat Aber irgendwas muss das ja bringen, dass wir die so abfangen können Weiß nicht, irgendwas muss das ja bringen Ich versteh's nicht... Nimm mal kurz einfach nochmal runter hier Ach so, eher, warte... Oh... Warte noch... Warte, warten wir auf die nächste Kuh bevor du jetzt dann... Warte, warte, warte Zieh wieder runter, ich will die nächste Kuh, ich will mich mal dranhängen mal dann Machst du jetzt runter? Mal ankommen wieder... Ach so... Hm... Ich bin nicht schnell genug dafür Bisschen wir vielleicht dahin, dass wir die Kuh echt auf der Kuh rollen müssen und dass wir dann dahin müssen? Das wäre aber ziemlich... Ziemlich komisch Das stimmt Bäume, das schafft man doch niemals Nimm... mach mal einen... Nimm mal bei denen einen runter... Zieh den mal runter Guck mal was dann passiert... Nur einen runter ist hier Oh... Alle? Die müssen echt schon beide sein... Müssen beide sein auf jeden Fall Deswegen wahrscheinlich die Kisten um unterzustellen Ach lol Dass du das auch alleine bekommst... Ja klar Deswegen brauchst du die beiden Kisten... Kisten... Um das hier drunter... Hier drunter zu stellen Stimmt Schlau, Arni Danke Hast du? Ja Die Frage ist aber, dass du reichst... Die Frage, ne? Warte... Warte... Ja Doch, würde reichen Ja, das heißt wir brauchen die andere Kiste... Oder du hältst fest und ich gehe rüber Ja, komm Warte, warte, warte... Voll jetzt... Nein, 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 nein... Ciao Also ich meine... Wieso kann ich auch feste, wenn wir nach dem Zug übergehen? Ne, 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 ne... Aua, mein Arm Ich bin mal an... Warte mal an... Warte mal an... Oh... Was? Auf den Ball jetzt? Ich bin auf den Ball gelaufen, ja... Ja, speichern... Gut, ich spring runter... Ja... Vor allem, wir haben uns doch echt verstanden... Autsch, das sah wehtunend aus, bist du... Alter, dein Drückrad... Ähm... Aber... Ob wir das... Wie weiterkommen... Sehen wir in der nächsten Folge bei... Human... Fall... Flat... Ah... poledewal詞... Tudeloo... Ha, tudeloo...